Zwei Wochen erkunden wir Ecuador über die Allee der Vulkane. Wir reisen von Süd nach Nord durch die Cordilleren, auch Anden genannt. Die Landschaft fasziniert uns. Die vielen Vulkane beeindrucken. Ecuador empfängt seine Gäste freundlich und wir fühlen uns überall außerordentlich wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ihr sollt doch nicht immer an den Hecken fressen. Untertitelung. BR 2018 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 Dann kommen wir zu 4.025 Meter. Untertitelung. BR 2018 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 Viggo, Viggo, Viggo. Viggo. Viggo.